Mira Magia. Eine zauberhafte Welt erwartet dich. Gründe deinen eigenen magischen Bauernhof. Treibe Handel mit deinen Mitspielern. Oder nimm an einem der vielen Wettbewerbe teil, wo du tolle Preise gewinnen kannst. Richte dein geheimes Zauberlabor ein und löse schwierige Alchemieaufgaben. Pflege deinen Drachen. Er fliegt dann für dich spannende Drachenrennen. Werde zu einem mächtigen Zauberkundigen und bringe den Weltenbaum zum Wachsen. In deiner freundlichen Dorfgemeinschaft und in den Nachbardörfern kannst du neue Freunde kennenlernen und zusammen mit ihnen die Magie von Mira Magia erleben. Pflege zusammen mit den anderen Dorfbewohnern den Stolz der Gemeinschaft, euren Dorfbaum. In Mira Magia gleicht kein Dorf dem anderen. Über tausend verschiedene Dekorationsobjekte machen aus deinem Dorf einen ganz besonderen Ort. Auch deine persönliche Traumwelt kannst du frei gestalten und dein Anwesen ganz nach deinen Wünschen einrichten. Mira Magia ist ein Spaß für die ganze Familie. Mit unzähligen Festen und besonderen Events über das gesamte Jahr verteilt. Mehr als 200 verschiedene Kostüme und Hüte können anprobiert und getragen werden. Und über 250 Auszeichnungen sorgen für jahrelangen Spielspaß. In den Sitzecken im Dorf kannst du mit Dorfmitgliedern oder den Nachbarn gemütlich plauschen. Oder in der Stadt mit tausenden anderen Mitspielern in Kontakt treten. Mira Magia, wo sich Freunde treffen.